moin 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 was geht ab leute wir gehen rein in world of tanks die dritte woche des ansturms hat sechs tage 14 stunden machen das heute noch fertig und ich denke mal so zwei bis drei stunden werde ich brauchen erfahren und so man sollte vielleicht nicht mehr die vögel hören ich habe ein bisschen was eingestellt ja grafikpacks sind am start was ist das denn mein gott junge was ist geht hier sollte ich übern ehren oder nehmen so komisch muss man nicht verstehen das ist total verwirrend war direkt alle aufgeklärt so Vielen Dank. Vielen Dank. Ja gut. Gute erste Runde, würde ich sagen. Hätte man sich auch denken können. Ey, wieso habe ich HE schon wieder geladen? Schon wieder gefettfingert. Ja, zum Reinkommen. Hätte man nicht alleine fahren sollen. Hätte man mal ein Team bleiben sollen. Pies both. Nee, die Ränderung. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Müssen wir sehen. Gut, jetzt haben wir hier keine Schienensel, ne? Okay, da hat jemand auf jeden Fall ein Light. Hat uns direkt gespottet. Ja, Light. Richtig. Super gucken. Guck, wer hat es... Hat es erfasst. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der ging voll durch Ihre Panzerung. Pass auf den TvP auf. Ich weiß nicht, ob der reingegangen ist. Die Genauigkeit ist ja erhöht bei diesem Monos. Ja, ich glaube, der ist reingegangen. Oh Mann, du Trottel. Der wäre jetzt tot. Ach du heilige Scheiße. Oh ne, das ist ja schön, dass ich einfach umdrehe, während die Maus hier hochfährt. Na gut, das Ding ist oberer, würde ich sagen, ne? Von allen Seiten gerade. Von allen Seiten kriegen wir gerade. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Hauptgeschütze in Stand gesetzt. Aber schießt nicht mehr gerade aus. Wirkungszweifler. Unterwange abgeprallt. Ja klar. Kenne ich. Kenne ich auch so. Weiß ich. Ist so. Ist völlig normal. Denke ich mal. Dass man ja Unterwange abprallt. Klar. Macht ja auch Sinn. Raus hier. Bin noch nicht drin irgendwie. Spielt man eine Woche nicht. Und hat man ja alles verlernt. Ich bin noch mal. Ja. Ja. Ich bin noch nicht drin. Tür. Vielen Dank. 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 Hallo, 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 hallo. Ja, dann hört man sie. Okay. Easy. Easy. Okay. 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 das ist schön dass du einfach umdreht ja was denn du wo willst du jetzt nur hin ja 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 Oh, Mann. Muss ich jetzt gegen ihn alleine kämpfen, ja? Ey, danke. Danke, Team. Danke, Team. Vielen lieben Dank, dass ihr mich wieder alleine lässt. Super. Ihr seid ein tolles Team, dass ihr einfach falsch rumfahrt. Meine Fresse, ey. Ich seh sie nicht mehr. Wirkungstreffer. Raus hier, ehrlich. Schon scheiß Team, schon wieder mich alleine gelassen. Ich seh sie nicht mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, ein Leid Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da stand der andere davor Oh, ich bin auf Ja, na klar Oh, ich bin auf Oh-oh-oh. Ah Leider ist unser Team schlecht Ah Ah Nein Ach man Ah ok wir verlieren das Wir hätten noch ein Panzer gebraucht 4700 Schaden reichen nicht Scheiße Erich Die Die Molly Wo ist er hin? Oh, lol, er ist da. Super Team. Fast 6000 Schaden, reicht nicht. Z 화이tschalk. Na, diese Kante ... ... mit dem, die ... ... mit dem Sieben. Schlecht ... ... Vielen Dank. Auf geht's! 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 Oh mein Gott! Auf geht's! 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 Aus! Auf geht's! 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 Null! Auf geht's! 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 ja na klar und hat mich nicht getroffen aber ganz knapp ich komme ebr schon wieder ich könnte kotzen dass die überhaupt in diesem modus zugelassen sind schon wieder eine bodenlose frechheit ja 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 Vielen Dank. Oh mein Gott, nein. Wir haben ein BZ. Wir haben verloren. Alter, meine Fresse, wo willst du hin? Das Ding ist zu 90% verloren, weil wir ein BZ haben. In diesem Modus ein BZ zu nehmen ist sowas von bescheuert. Allgemein, der BZ ist so schlecht. Wir hätten ihn mal rausbringen sollen, wie er ursprünglich rausgebracht werden sollte. Mit seiner Hash. Der ist so Wurst. Das Ding kann gar nichts. Ich mache hier noch ein bisschen Damage. Aber das Gefecht ist auto-loose. Auto-loose. Weil BZ gepickt und so. Den nicht mal, ne? Der ging voll durch ihre Panzerung. Natürlich. Ein Cap. Wo sind wir unser Team? Brot. Das war von vornherein klar. BZ und so, ne? Ja. So. Das war von vornherein. Ja. Das war von vornherein. und was habe ich gesagt automatisch verloren steht 0 zu 3 wir kämpfen durch wir werden durchgekämpft ich mache meine 3500 schaden immerhin das war sowas von klar es war sowas von klar bz in diesem modus wenn du bz siehst hast du automatisch verloren ist so eine der schlechtesten szene überhaupt die sind spiel gebracht haben so Los geht's! Los geht's! Wirkungstreffer! 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 Ja, super, wie du davor gefahren bist! Der absolute Profi! Wirkungstreffer! 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 зак World nutzlos langänglich! Ja! Wirkungstreffer! Untertitelung des ZDF, 2020 Hey Mann, wie oft kommt das heute vor, dass immer Leute vor meine Nase fahren? Andauernd! Oh, den zweiten Schlag hier drauf bekommen. Na, stehst du im Weg? Du bist dich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kritischer Treffer! Wir haben sie böse erwischt! Den dritten Schlag abbekommen! Das ist so dumm, Alter. Alle drei Luftschläge, die es auf der Map gab, hab ich abbekommen. Das ist doch so dumm, ey. Okay. Okay. Ja, schon wieder ein Luftschlag. Ich hab nur Damage vom Luftschlag bekommen, ne? Ah, jetzt nicht mehr. Das muss wehtun. Der ist abgeprallt. Okay. 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 Vielen Dank. Oh nein, wir haben ein Leid. Ja, wir haben ein Leid. Uns fehlt ein Panzer. Wirkungstreffer. 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 Natürlich Nein, hier kann man sich nicht trocken lassen Oh, na klar, Sichi Oh, nein, er wurde getrackt Feuererlaubnis erteilt Ich sehe sie nicht mehr Ich sehe sie nicht mehr Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer schiebt denn doch? Kann der nicht durchgehen in der Seite? Ja, ist ja gut. Moin Max. Was geht? Was geht? Mal gucken. Wir gehen gleich richtig rein. Wir müssen ein bisschen Kohle scheffeln. Wir müssen das große Feld machen. Also die 30 und 31. Bisschen Heuballen und so. Vielleicht sind die anderen ja schon bei, weiß ich nicht. Tonen ranholen, die du gestern, die du gestern versehentlich ausgegeben hast. Äh, kein Kommentar. Auf geht's. Ich wollte nur was gucken. Und der macht ohne Bestätigung. Und der macht den falschen Mauszeiger betätigt habe. Hör mir auf. Aber es waren ja nur 24.000. Nur. in Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Die muss ich wieder reinholen, ja. Bisschen Geld haben wir ja auch zurückbekommen. Wieder fürs Verkaufen. Also ich glaube 15.000 Minus oder so. Einmal Missklick. Ach Mann ey, weil ihr im Weg steht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja. 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 Natürlich muss er mich nochmal anzünden, das war ja klar. Der Nachbar meldet sich wieder, super. Der Nachbar meldet sich wieder, super. Der Nachbar meldet sich wieder, super. Ich alleine unten, super. Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Ja. Oh mein Gott. Der Nachbar meldet sich wieder, super. Natürlich. Ah, ich dachte schon wieder auf mich. Ja. Super. Die wissen, die wissen natürlich, dass ich hier alleine bin. Die wissen es natürlich. Danke schön dafür. Für... Ich sehe sie nicht mehr. Ja. Okay. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie kriegt man dieses Flimmern da weg? Nee. Wie kriegt man das Flimmern da weg? Meine Fresse nochmal. Nein. Wie kriegt man das Flimmern da weg? Wie kriegt man das Flimmern da weg? Wie kriegt man das Flimmern da weg? Und was ist das? Wirkungstreffer! Wirking voll durch Ihre Panzerung! Wirkungstreffer! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Der ging voll durch Ihre Panzerung! Kette wieder funktionstüchtig! Los geht's! Der ging voll durch Ihre Panzerung! Der ging voll durch Ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Unser Benzintramp wurde getroffen. Der ging nicht durch. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Los geht's. Der ging voll. Sie haben uns. Ich habe eine Kette abgeschossen. Oh nein, wir haben BZ. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Oh, piss dich. Mach deinen scheiß Raketen wieder an. Oh nein. Du fährst mir nicht wirklich hinten rein, oder? Oh nein. Ich bin extra ausgewichen. Der ging nicht durch. Oh nein. 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 Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie böse erwischt. Ich bin nur von Gegnern umsingelt. Ich bin einfach nur vom Gegnern umsingelt. Das ist so geisteskrank, Alter. 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 Auf geht's! Das ist so geisteskrank, Alter. 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 Das ist so geisteskrank. Das ist so geisteskrank, Alter. 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 Das war's. 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 Gut. Das war's.